Habe ich wegen meiner gesetzlichen Rente eine Steuerklasse? Mein Name ist Peter Knöppel. Ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von RentenBescheid24.de. Das Thema Rente und Steuern beschäftigt uns als Rechtsanwälte und Rentenberater auf RentenBescheid24 immer mehr. Das heißt also, wir bekommen sehr, sehr viele Anfragen zum Thema Steuern, Rente, Arbeitslohn usw. herein und versuchen das immer mal wieder zu sortieren und auch zu beantworten. Unter anderem auch wieder eine Frage zum Thema Rente und Steuerklasse. Ich bin Arbeitnehmer, habe die Steuerklasse 1 und beziehe eine vorgezogene Altersrente. Wird meine Altersrente auch wie mein Arbeitslohn versteuert mit einer Steuerklasse? Definitiv nein. Eine gesetzliche Rente hat keine Steuerklasse. Sie werden auch mit der gesetzlichen Rente nicht in eine Steuerklasse eingruppiert. Nur bei Arbeitslohn oder vergleichbaren Verdiensten gibt es eine entsprechende Steuerklasse. So sagt es das Einkommenssteuergesetz. Eine gesetzliche Rente wird nach einem völlig anderen System versteuert wie Arbeitslohn. Sie wissen, dass die gesetzliche Rente seit 2004 der nachgelagerten Besteuerung unterliegt. Das heißt also, Renteneinkünfte werden hier nicht nach Arbeitslohn berechnet, sondern nach dem System der nachgelagerten Besteuerung. Das heißt also, wir haben ein Jahresrenteneinkommen. Davon werden bestimmte Abzüge vorgenommen. Und dann schaut man einfach beim Finanzamt. Liegen Sie mit Ihren Einkünften über dem entsprechenden Grundfreibetrag? Als zuversteuerndes Einkommen gibt es dann letzten Endes eine Steuerforderung durch das Finanzamt. Liegen Sie darunter, müssen Sie keine Steuern zahlen. Aber eine Steuerklasse wie bei Arbeitslohn wird Ihnen bei der Rente nicht zugeordnet. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.